Wir sind heute hier im schönen Mecklenburg bei bestem Wetter. Haben wir seit Wochen nicht gehabt und ja, wir wollen Mais legen. Bei dem Kunden hier, die Zeit rankt, der Mais muss in die Erde. Wir haben ein kurzes Zeitfenster und ja, ich bin heute hier mit dem Fenton 942 und der Zeltestadt Tempo 11, 24 Reihen auf 50 Reihenabstand. Wir legen Mais 85 Hautkörner auf Hektar, 200 Kilo Unterfuß. Dabei legen wir den Mais auf fünf Zentimeter Tiefe und die Dünger auf zehn Zentimeter ungefähr und zwei Zentimeter daneben. Wir wollen damit erreichen, dass wir den Dünger fünf Zentimeter daneben und fünf Zentimeter da unterlegen, dass das Maiskorn nicht verätzt. Und wir wollen das Wurzelwachstum der Pflanze einfach anregen. Das ist der einzige Grund, warum man den Dünger da mit reinlegt. Bei der Federstadt Tempo ist eigentlich so für uns, also und auch für mich als Fahrer. Ich bin ja jetzt 15 Jahre im Unternehmen und ist eigentlich die beste Maschine, die ich je hatte. Weil einfach Hesterleistung, Fahrgeschwindigkeit und dabei bei dem Ganzen die 99,5 oder 99 prozentige Ablagegenauigkeit. Und das ist das A und O. Wir wollen einfach Hektar schaffen und super Qualität abliefern hier und das kriegen wir einfach nur mit dieser Maschine hin. Musik 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 Bei der Maschine fahre ich bei den Fahrgeschwindigkeiten, bei 15-16 kmh liege ich ungefähr bei der 12 Meter Arbeitsbreite bei 18 Hektar die Stunde. Tagesleistungen sind da drin von, ich sag mal, wenn es schlecht läuft 70 Hektar, wenn es gut läuft sind auch 150 Hektar drin. So, hier haben wir 50 Hektar jetzt erstmal ein Stück. Das heißt, wir haben das nachher in ein paar Stunden fertig und dann geht das auf den nächsten Schlaf weiter. Ganz einfach. Also dieses Frühjahr hatten wir sehr viel Regen und wir hängen, ich will nicht sagen ziemlich hinterher, aber wir hängen schon eine Spur hinterher. Aber wir haben ja jetzt Topbedingungen, die Feuchtigkeit ist im Boden, wir haben oben 3-4 cm wirklich trockenen Boden, dass wir super fahren können und wir müssen das jetzt haben. Jetzt nutzen wir uns das rein und dann geht das los mit Vollgas. Ich bin Notunternehmer jetzt schon seit 15 Jahren in der Firma und ja, ich finde das einfach geil, weil man immer neue Herausforderungen hat, immer die neuesten Technik, das Team ist super, man wird da von der Familie Plung super unterstützt. Ich weiß nicht, ich will eigentlich bis ich in Rente gehen, will ich hier bleiben und ja, mir macht das Spaß. Die Abwechslung, man ist immer unterwegs, sie hat eine frische Luft und hat immer Sonne und einfach nur geil.